Hallo meine Damen und Herren und herzlich Willkommen zurück beim Bus Simulator 2016 Du hörst dir nicht so traurig an Curry Ich hab gerade jemanden auf dem Gewissen gehabt In der letzten Folge hast du jemanden umgebracht ne? Ne ich weiß ja nicht ob der tot ist aber Der kann doch nicht einfach auf die Straße rennen alter Vielleicht klebt er noch am Reifen vom Bus Guck mal nach Ich hab extra geguckt der ist doch stehen geblieben Ja ja wir haben auf jeden Fall neue Ziele Curry Ja wir können uns ja mal die erste Aufgabe Was alter die Strecke soll 20 Minuten gehen Wir können uns wieder Ne und einer maximalen Dauer von 20 Minuten Was heißt das? Achso die soll unter 20 Minuten gehen Aber was meine ich mit Intervallen von 10 Minuten Wie soll man denn den Intervall festlegen? Ja dass du innerhalb von 10 Minuten Die Sehenswürdigkeiten abfährst So Ok dann mach ich die Strecke Also die Strecke soll insgesamt zwischen 10 und 20 Minuten dauern 20 Minuten ok Also alle Sehenswürdigkeiten hab ich richtig verstanden oder? Ja dann mach ich eine schnelle Strecke So dann mach du mal Nummer 2 Besitze eine schnelle Strecke Intervall von 10 Minuten oder weniger Maximal Dauer von 20 Minuten mit einer Haltestelle in jedem freigeschalteten Bezirk Maximal 7 Haltestellen und befahren sie Alles klar Mach ich Jetzt können wir ja die Schillerstraße wieder löschen Die brauchen wir ja nicht mehr Ey wie soll man das denn machen So tschüss Hab ich gelöscht jetzt Wie viele Minuten bin ich bei 13 ok Also Ähm Kongress Universität Es ist nur eine Frage des Managements Wo ist denn jetzt die Universität Bin ich jetzt bescheuert Hä Einkaufszentrum Alter wie viele Haltestellen da in dem Distrikt sind Heilige Scheiße Kunstmuseum hab ich Universität hab ich Also machen wir hier ein Hab ich alle jetzt Ich hab die Universität das Kunstmuseum Das Einkaufszentrum Das Einkaufszentrum Das Stadion hab ich Den Hauptbahnhof Oh den Hauptbahnhof muss ich auch mitnehmen Ah ich mach die Linie nochmal neu Warte mal ich mach die Linie nochmal neu So die Linie startet hier 1 2 Ne warte mal das ist ja Quatsch 4 5 Speichern So Warte mach ich gleich So Warte besitze eine schnelle Strecke Genau warte Einer haste mit dem Nebenpreis Der Bezirk Alles klar hab ich dann Genau dann fahr ich hier hin Elf Minuten Fahren Von dort aus fahr ich dann Mach ich doch gleich Konzerthalle Dann zum Einkaufszentrum Das war's doch 16 Minuten Hab ich jetzt alle Sehenswürdigkeiten Ich hab das Kongresscenter Nord Ich hab den Fernsehturm Ich hab das Stadion Ich habe das Einkaufszentrum Das Kunstmuseum Und äh die Konzerthalle Das sind doch alle Sehenswürdigkeiten Sonst überseh ich wieder was Ne Strecke machen wir nicht Fahren Ok fährst du auch schon an der Strecke Curry? Ich fahr jetzt meine Strecke ja Oh das war's ein bisschen dunkler ja Endlich mal hier Lass mal die Civis am Leben ne Halt die Schnauze Du bist ja echt der schlechteste Busfahrer den ich kenne immer Hä willst du mich verarschen? Ich war bisher immer besser als du Die muss ich mal ins Busfahrercamp schicken Ja Bei Omsi Kann ich dich trainieren Kevin Kevin D Doristen Style 2.0 So Ok dann mal los Eigentlich müssen wir die Aufgaben befüllen Es wird aber sehr tricky die letzte Aufgabe zu befüllen Beziehungsweise Kein Bock mehr drauf Wobei das ist eigentlich einfach Wir löschen einfach die anderen alten Linien alle Ja Das sollen wir auch machen Das haben wir auch viele geschrieben Ja Das sollen wir machen Und dann haben wir ja eigentlich schon Auch diese Aufgabe gelöst Jetzt hier Boah ist ein Duster hier gleich Dämmerung vom Feinsten Aber ich bin der einzige Trolle der mit Licht fährt weißt du Andern kümmern sich nicht rum Alles muss immer den Busfahrer machen Kommt Leute Das geht nicht so nicht mehr weiter Oh ich fahr hier fast aufm So Ja wir haben jetzt auf jeden Fall jeden Distrikt freigeschaltet liebe Freunde Das ist ja schonmal was schönes So wir sind jetzt hier beim Kongresszentau oder was ist das hier Dum dum Kongresszentau Hupen Alles einsteigen bitte meine Damen und Herren Alter der steht auf meiner Haltestelle Ich glaube ich kann Ah man Ja Nimmer nimmer Na gut Nein Was hast du getan Was hast du gegeben Weißt du aber über mich was sagen ne So der braucht zwei Fahrkarten Einzelfahrtschüler Achso hier Unter aller Sau der Tiefe 280 Riecht da 1 äh äh 20 wieder ne Ja 5 Euro Ne war falsch Warte mal David Alter du kannst doch nicht Noch ein Euro Noch ein Euro Noch ein Euro Eine Fahrkarte Fragt er den soweit Geh Geh du mal lieber Ding spielen Gerida Im Merkel geht sie Was Äh Emergency meinst du Im Merkel geht sie Man spricht aus Emergency aus Äh Dennis Ja stimmt Hab es nur letzte von unserem holländischen äh jung gehört Mit blotten Haaren Fernsehturm Weiser geht's mit der fröhlichen Fahrt Hehehe Ja äh Unbedingt also ich sag's nochmal der Curry ist ja der Massenmörder Ich hab noch nie einen Fahrgast umgefahren Ja komm Der Curry Ja das wenn der in meinen Bus reinspringt Aaaaah Du hast einfach keine Geduld gehabt dann hast du ihn umgesprayt Ich hab Geduld gehabt ich hab sogar geguckt ob er stehen geblieben ist Der ist stehen geblieben Und dann hat der das einfach nur angetäuscht Wie fühlt sich das denn an als Mörder Ja er ist ja nicht tot Ich hab den besucht Hehehe Wie heißt der denn Wilfried Um den Namen Der Wilfried Hämmer der wohnt an der Siegertstraße Um den Namen Wie Wat Ja hab ich doch grad gesagt Hämmer Wie Wilfried Hämmer Wilfried Hämmer Das ist der Bruder von MC Er hat doch dieses Lied gesungen alter Du bist sowas mal bescheuert ey So Der Wilfried und MC Hämmer alter Ja MC Die haben auch Emergency gespielt Ist echt so Verpiss dich vom Alter Wenn dann irgendwie noch jemand in den Bus rennt ne Einen schönen Kratzer am Auto Am Bus hier Am Dings Ja halte Wunsch Wird leicht betätigt Boah Zwei Fahrgäste hintereinander die Ey ich musste diesmal nie wechseln ey Ich glaub das Spiel hat begriffen dass ich nicht rechnen kann Haben wir die Tür da hinten frei da Keine Zeit hier So Heißt der ganze Bus ist frei und die stellt sich in die Tür rein Ja dann musst du die mal anschreien Ich schmeiß die raus Ich schmeiß die raus Ich schmeiß die raus die Dame Eine Fahrkarte bitte So haben wir Eine Fahrkarte für den Schüler Kommt sofort meine Dame Ha 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 Hä Hauptbahnhof Was gibt die denn? 30 Euro Ja da kriegen sie ja viel zurück Ist ja schön das ist ja schön für sie Guck mal die Oma hier Üb sizz movies Das geht schon auf halb fünf oder was Wahnsinn Die schlammert da rum durch die Buse Ich bin mal die Busfahrer geil da steigen immer so Senihoren ein Und die gehnt trotzdem gar so gar so weißt du wenn die ihn organisiert Das ist doch echt so Gar keine rückhaltliche Busfahrer von heute ne Ja, weißt du, wir sollten mal Busfahrer sein Ja, ich habe ja schon mal gesagt, ein Verkehrsunternehmen sollte uns mal einladen Ja, vor allem nach der letzten Folge Ja, dich auf jeden Fall, du bist so ein Kontrolleur, du Massenmörder Vor allem hat nur einen umgebracht und ich sage mal Massenmörder Also, du musst immer so ein bisschen übertreiben So, 2,80 hör mal 2,80 Mach dir einen schönen Tag, mein Freund, ne? Genau, die Leute können ja mal ein Challenge reinschreiben, ob er beim Bus der Müll-Atter machen soll Ja, genau Fahrt mal mit verbundenen Augen Am besten mit Fahrgästen Guck mal, deswegen sage ich Massenmörder Siehst du, guck mal, der hat nur böse Absichten, der Junge Hey, das war doch nur ein Vorschlag Junge, Junge, Junge Weißt du, dir ist die Bevölkerung egal Guck mal hier, wie schön das ist Ich hupe Boah, ich fahr jetzt zum Stadion, Mann Curry, ey Ja, geil, das war FCO-Spiel Der FC, der Bolli Ne, der FC, äh, Sunday Springs, Mann, kennst du den nicht? Sunday Springs, Alter In Sunday Springs, da fühle ich mich gut Sunday Springs, da tut's mir alles weh Sunday Springs, wir muss fahren, wow Sunday Springs Aber Ego nicht, also, nee Hä? Kann ich nicht machen Wieso? Scheiße, ich hab den Blinker nicht gesetzt Eine Haltestelle Eine Haltestelle hab ich den Blinker nicht gesetzt Hör nochmal zu Ja, da, die, äh So, ich war zum Stadion, ey 5,60 Euro, kriegst du Nix, kriegt die Dame Kann man auch überholen hier Keine Zeit hier Da, 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 da Da, 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 da Da Lotri Löwenzahn So, boah, ich bin jetzt knallert an die vorbeigefahren Hier steht ein Müllcontainer rum Ist jetzt ein Blinker, lass mich vorbei Boah, hier ist ein Fußballstadion, Alter Oh, kannst du auch reinfahren Fußballstadion Ja Vielleicht ist da drin eine Haltestelle Auf dem Rasen Weißt du, warte mal, ich hab ein Problem Was denn? Ich hab einmal rumfahren müssen Ich komm jetzt zur Baggara Straße Oh nein, ich hab wieder die Barca Straße Doch, da komm ich jetzt einfach mal mit auf die Kreuzung Da wird auch keiner, ja, ja Da kann er was sagen Weil ich hab fünf, ich bin fünf Minuten zu früh Was? Willst du mich verarschen? Es ist so heiß hier drin Sonst, hier müssen die Klimaanlage runter Willst du jetzt hier halten oder auf der anderen Seite? Ich weiß gar nicht Halt mal hier So Wenn der mir, wenn der jetzt gleich sagt Dass dem, dass dem kalt ist, ne Dann, dann zeig ich dem aber hier, wo der Busfahrer hängt Ein Senior möchte eine Einzelfahrt 840 kriegen sie, äh, 860 kriegen sie zurück Junger Mann Bitteschön Aber da kann man mal sehen, was der Job mit einem macht, ne Am Anfang war man noch voll motiviert Und jetzt schreiben wir die Leute schon an, ja Ich muss jetzt mal mitten auf der Straße drehen hier Dem, 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 dem Muss ich im Bogen fahren, das dauert zu lang Das ist schön Wir fahren Busimulator Oh, ich hab einfach mal die Zeit abgekürzt, ey Jetzt ist 8 Minuten Vorsprung Was? Ich hab einfach auf die Kreuzung gedreht Was? Bushaltestelle übersprungen Ja, aber über mich was sagen Hä? Äh? Ich hab die Bushaltestelle übersprungen Du Massenmörder Nein, jetzt habe ich die Bushaltestelle übersprungen, das ist nicht gut. Ja, alles verkackt. Warte mal, wo sollen die Haltestelle sein? Die habe ich doch mitgenommen. Hä? Die war doch deswegen immer auf der Strecke bleiben. Die war doch gar keine Bushaltestelle mehr. Doch, die habe ich da eben hingebaut. Die nächste Haltestelle ist Kunstmuseum, da fahre ich doch jetzt hin. Laber das Spiel denn? Da fährt aber keins. Das ist scheiße. Hä? Da war doch keine Haltestelle mehr. Ich habe da einfach nur auf dem Kreuz umgedreht. Wenn das Navi sagt, da war eine, dann war da auch eine. Nein, ich musste einfach um den Block fahren und dann genau auf die Straße zu kommen, wo ich jetzt bin. Doch, ein Witz. Ja, vielleicht musst du das machen, damit der das überhaupt zählt. Doch, ein Witz. Kannst du doch nicht einfach von der Strecke abfahren. Ja, um Zeit zu sparen. Ja, aber nicht auf der Kreuz umgedrehen. Nein, Mann, Mann, Mann. Ich fahre jetzt gerade in den neuen Bezirk. Oder? Bezirk. Ja. Hem-tam-tadam. Alles gut da hinten? Alles klar. Wie ärgerlich. Ja, das ist ärgerlich. Wenn ich die Aufgabe jetzt nicht geschafft habe, ne? Flipp ich aus. Nein, nicht nur mal, Alter. Ganz ehrlich. Dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam. Wenn ich echt eine Haltestelle übersehen haben soll, dann meine ich. Du kannst es jetzt eh nicht mehr ändern. Wenn ich auf den Maps drücke. Da ist das Einkaufs- da ist der Sportplan- also Sportarena. Und danach ist einfach nichts mehr. Und dann kommt das Kunstmuseum, da fahre ich jetzt hin. Dann kommt die Konzerthalle und Einkaufscenter. Das sind genau die Stationen. Also, liebe Spiel, erzähl mir nichts vom Pferd. Ja, liebe Entwickler, ne? Bist ja bescheide. Dennis hat gesprochen. Ne, aber das ist ja Quatsch. Wieso soll man sich denn die Mühe machen? Was ist ja Quatsch? Um den Umweg machen, wenn man einfach gerade... Also, wenn man einfach mal drehen kann. Heute darf man 70 fahren, mitten in die Stadt. Ja, geil. Komm, Autos. Komm, Autos. Oh, guck mal, hier ist grüne Welle, oder was? Ne, das ist die neue grüne Welle. Kostet alles Zeit, meine Freunde. Alles Zeit, meine Fahrgäste. Ich kann nichts dafür, wenn die Stadt das hier so veranstaltet. Ey, das ist ein Rollstuhlfahrer. Krass. Boah, der fährt ja mit Ice-Bieter rum. Wie viel PS hat der denn unter da oben? Ne, der ist voll schnell. Muss man irgendwie gleich zugutehalten. Wir haben hier alles gedacht, hör mal. Schöner Stadtteil hier, muss ich sagen. Hier ist ein bisschen grün, ein bisschen weltlich. So. Einwandstraße wieder. Rein da. Boah, beinahe den parkenden Wagen haben wir genommen. So, jetzt weiß ich genau, wie das spielen möchte. Wie muss ich denn jetzt hier rumfahren? Warte mal, ich gucke mir das mal genau so eine Karte an. Ich müsste jetzt eigentlich da rein. Ne, ich müsste jetzt einmal. Ah, okay, ich muss einmal ums Kunstmuseum rumfahren. Alles klar. Weißt du Bescheid, mir für you? Weil kommt hier ein Film raus? Ihr findet Dori, ey. Ich muss... Nein! Hä? Dann spiele ich die Hauptrolle. Was war das denn jetzt? Was hast du gemacht? Nix, mein Bus ist einfach nur aufgesetzt. Aber es ist nichts passiert. War ein Glitch in der Map. Dun, 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 dun. Da, 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 da. Wo steht denn keiner im Kunstmuseum? Ah, jetzt. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Letzte Haltestelle, meine Damen und Herren! Letzte Haltestelle! Eine Fahrtkarte bitte. Dann sind wir fertig. Danke, mein Lieber. Hey, zieh mich aus. Okay, warte, geht's? Nimm mir die Vorfahrt, du kleiner Wicht. So, jetzt muss ich einmal hier rumfahren. Ich hätte auch einfach links fahren können, bitte auch schon. Aber ich mach jetzt nix. So. Das war's. Das war's. Konzerthalle Graben. Hast du erfüllt die Aufgabe? Warte. Warte, hast du eben die letzte Haltestelle der Strecker erreicht? Jetzt bin ich gespannt. Sehr moderner Distriktbillenetz. Boah, ey, der wäre mir beinahe in meinen Bus reingerannt, der Kollege da hinten, ne? Kacke. Nicht erledigt? Warte. Was ist denn hier los? Hä, wieso? Wieso habe ich das nicht erledigt? Ich muss ja gerade mal über den Bordstein fahren. Besitzer eine Schnellstrecke? Hä? Intervall von 10 Minuten oder weniger. Maximale Dauer von 20 Minuten. Toll. Toll. Mit einer Haltestelle in jedem freigeschalteten Bezirk. Maximal sieben Haltestellen. Befahre sie. Okay, ich dachte, die sind am rumbacken. Kann ich ja wieder vom Bordstein runterfahren. Muss ich die jetzt zuweisen oder was? Hier ist denn das? Das war jetzt umsonst, Dennis. Das hat sie nicht machen müssen. Ne, das ist meine, ne? Boah. Was ist denn los? Intervall von 10 Minuten oder weniger. Ich sage eine Strecke. Eine Schnellstrecke. In meinem Bus hängt fest. Intervall ist von 10 Minuten. Kann ich mehr fahren? Was heißt denn das? Ne. Doch. Mein Bus ist festgeglitscht. Ja, und der reibt mich weg. Muss ich jetzt jemanden dazuweisen oder was? Was ist denn hier los gerade? Ne. Hä? Ich verstehe die Aufgabe nicht. Erwenden Tipp an die über den Bordstein. Ja. Ich verstehe nicht, was ich jetzt hier falsch gemacht haben soll. Warte mal. Zoomen wir nochmal raus ein bisschen, ne? Oh, eins. Schnellstrecke. Intervall von 10 Minuten oder weniger. Maximale Dauer von 20 Minuten. Aber die Aufgabe jetzt nicht, oder was? Intervall ist was anderes. Hä? Was meinst du hier mit Intervall? Der fährt nicht da vorne. Mit einer Haltestelle in jedem freigeschalten Bezirk. Ja, eins. Jetzt habe ich wieder einen Autounfall gebaut, weil einer mich reingefahren ist. Ist doch scheiße hier gerade alles. Hier. Ja, fahr. Ja, fahr doch. Fünf. Ey. Fahr doch. Drei, vier, fünf. Weißt du, was hat jetzt reizt? Das gibt's nicht. Der fährt sein Auto nicht jetzt. Falls knallert ihr durch, kommt, was hier passiert sein soll jetzt. Ich habe jetzt drei Autos mitgenommen, ist mir scheißegal. Ey, man ist auch mal Schluss mit lustig. So, jetzt bin ich mal wieder auf dem Kurs. Hier ist nämlich ein mega Stau. Tut mir leid, Freunde. Das ist ein bisschen rabbi. Ja, ich wollte eigentlich, ich dachte, die Banken da fest waren, weil da ein Glitch war. Habt ihr ja vorhin gemerkt, da ist mein Bus ja auch hingelieben. Ich dachte, die Autos haben sich ja festgefahren. Deswegen wollte ich beim Bordstein fahren. Nicht, weil ich Zeit sparen wollte. Hab ja noch genug. Hab ja noch sechs Minuten. Intervall von zehn Minuten oder wenige. Ich habe doch alles erfüllt hier, oder bin ich gerade dumm? Das liegt daran, dass da Baustellen auf der Strecke sind, Kevin. Ich habe alle Bezirke, jede Haltestelle habe ich einmal abgefahren. Sicher? Ja. Einen roten, einen gelben, einen lilaen, einen grünen und einen blauen. Strange. Das verstehe ich jetzt nicht. Wo fahre ich denn jetzt hin? Warte mal. Hey? Muss ich mal die Universität haben? Naja. Genau, jetzt kommt noch der Graben, also die Konzerthalle, wo ich einmal komplett rumfahren muss. Komisch, komisch, komisch. Da lacht einer aber richtig herzhaft. Komisch, komisch, komisch. Hey, wollen wir noch was zusammen unternehmen? Das ist der Krankenwagen mit so Ungeschwindigkeit in der Kurve, die umkippt, ist ein Wunder. Ich mache mal folgendes. Ich komme nämlich mal um die letzte Aufgabe kurz. Ja. Noch mal eben alle weg hier. Das war ja auch fertig. Wenn die Ampel mal grün werden würde, ne? Das wäre ja auch fertig, Curry. Ja, ja, kein Stress. Ich habe zwei Grün da. So. Alter, wie lange ist denn die Ampel rot? Geht eigentlich im Bus auch eine halte Stelle. Also eine Strecke hier. Nicht voll der Bus. Jetzt mach doch mal die Ampel grün. Ey, die Ampel wird nicht grün. Ah, zack. Da, ich hatte defekte, dann hätten die Stadtwerke anrufen müssen. Speichern. Hey, hey, Curry. Und da wird sie wieder rot. Ich fresse einen Lötkolben. Noch eins. Mache ich noch eine Strecke, wo wir dann den Bezirk direkt mit drin haben. Ja, mach das mal, Kevin. Ist gut, dass du dich darum kümmerst gerade, ey. Töfte Typ immer. Ja, geil, ne? Bin immer noch am Arsch der Welt am rumfahren. Geil. Oh, scheiße. Ich habe brutales Bremsen auszusehen gemacht. Tut mir leid. Tut mir leid, sehr geile Fahrgäste. Wird nicht nochmal vorkommen. War ich gerade richtig? Ja. Bin jetzt gleich da. Sehr schön. Das hätten wir dann auch. Das sind alle grün, ne? Ja. Speichern. Kannst du doch einen Fahrer anstellen, Kevin. Ah, ne, wir haben zum Beispiel die Busse. Ne, noch nicht. Die muss ich erst fahren. Ich habe extra ein paar Strecken gelöscht. Wie lange ist die Strecke, die du fahren musst? Wie lange? Ne, ich fahre die jetzt nicht. Aber ich erstelle die nur gerade. Ich habe zwei erstellt. Eine ist 15 Minuten, eine ist 20 lang. Okay. Müssen wir die in der nächsten Folge fahren, ne? Das ist auf jeden Fall easy. Wir haben fünf Mitarbeiter. Da können wir, guck mal, zwei dafür. Da haben wir schon, da haben wir schon echt viel abgedeckt. Rechte Halteposition. Zwei Bezirka haben wir dann schon abgedeckt. Dann mache ich noch eine für das Ding hier. Zack. Eine Station noch. Zack. 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 Aber warte. An dem pinken Shirt gehen Sie bitte rüber, danke. Zack. So, Einkaufszentrum ist die nächste Station. So. Das hätten wir auch. Das sind schon mal drei. Ah, nein. Wurde geblitzt. Alter, wie düst du denn immer da? Alter, ich fahre 50 und das ist schon zu schnell. Drei Mitarbeiter. So, das hier. Das hier. Ich bin zu ungeduldig. Das hier. Das hier. So. Hier ist 50 erlaubt. Jetzt fahre ich 50. Speichern. Kommt ihr dann wieder meckern. Hätten wir 30 erlaubt. Das war das Problem. So, und dann noch. Hier eine Strecke für das komplette Gebiet. Also, das wird eine fette Strecke. Batz. Batz. Warte. Wie die lachen. Hahaha. Alter. Ey, ich fahre noch 50. 50 ist doch erlaubt hier. Was denn daran falsch? Strecke muss ich nicht unbedingt fahren, ey. Du Raserei. Mann, 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 Mann. Gehen Sie rüber, junge Dame. Wir haben noch sieben Minuten. Nicht doch freie Strecke fahre ich doch nicht 20, du. Die Stadt aller 50 erlaubt ist. Ja, alle. Alter, hier geht einfach mal eine halbe Stunde. Boah. Aber das müssen wir machen. Wir müssen das machen. So, ich bin jetzt gleich an der letzten Station. Ah. Fast da. Zack. So, ich habe jetzt. Oh, guck mal, hier ist ein Einkaufscenter. Ich habe jetzt. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Endstationen, alles aussteigen, bitte. Fünf Strecken. Die sind, also, damit haben wir die komplette Karte abgedeckt. Boah. Die müssen wir dann einmal fahren. Also, wir müssen die einmal fahren. Gleich. Also, zwei Strecken jeder überfahren und einer muss dann noch eine fahren. Errungenschaft freigeschaltet. Fast geschafft und geschafft. Okay. Und dann können wir die zuweisen und dann müssen wir eigentlich die Aufgabe geschafft haben. Ja, Della ist jetzt sehr erfahren bei uns, Curry. Sorge dafür, dass mindestens 90% der Bussehaltestellung deiner Strecke von dir und deinen Fahrerinnen in der letzten Woche abgefahren wurde. Ich weiß, ich habe Minus gemacht. Tausend. So. Okay. Hä? Meine Aufgabe ist auch nicht erfüllt. Das ist wahrscheinlich, weil ich eine überfahren habe. Sander, welche habe ich denn vergessen? Ja, meine muss erfüllt sein. Ich habe da gar nichts falsch gemacht. Das ist scheiße. Welche waren das jetzt? Welche ich hatte? Warte mal. Genau. Hattest du nicht die Königskongress? Königskongress, Fernsehturm war ich. Hauptbahnhof war ich auch. Stadion war ich auch. Kunstmuseum war ich auch. Wo kommt dann? Ja, Konzerthalle war ich auch. Und nur Einkaufscenter war ich. Ich habe alles gemacht. Ich habe alle Haltestellen abgefahren. Oder weil ich die Universität nicht hatte. Wo ist denn die Universität? Da oben. Oben links. Aber die steht? Die hattest du auch. Nee, die hatte ich nicht. Aber muss man da? Da steht nur die... Doch du. Hä? Nee, hattest du gar nicht. Aber die Universität ist doch keine Sehenswürdigkeit. Oh Mann. Ja, Freunde. Das hat sich sehr gelungen. Und hier, da wartet du, da im grünen Bezirk, da ist auch noch eine Sehenswürdigkeit. Ja, der Fernsehturm habe ich doch. Und die St. Pauluskirche. Nee. Die Andreaskirche doch auch. Ja, aber nein, nein, nein. Es steht nur, so ein Symbol, so ein großes haben sollte man anfahren. Guck. Hier steht. Ach so, die mit den weißen Dingern. Alle Sehenswürdigkeiten, aber die Achtsehenswürdigkeiten sind auf der Karte durch diamantförmige Zeichen markiert. Acht Stück. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Habe ich doch. Das letzte. Konzerthalle, Museum, Stadion sind drei, Einkaufscenter ist vier, Hauptbahnhof ist fünf, Fernsehturm ist sechs, Leopoldstraße sieben. Ich habe mich jetzt vergessen. Alle eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Du, Fernsehturm habe ich. Kongress bist du abgefahren, Museum bist du abgefahren oder bist du... Welches Museum? Doch, Kunstmuseum oben, ne? Das ist der Hauptbahnhof. Ja. Stadion bist du abgefahren, aber du bist die Universität nicht abgefahren. Das ist doch keine Sehenswürdigkeit. Doch, da ist doch ein Diamant da oben. Das ist doch ein Diamant-förmiges Ding. Links vom Kunstmuseum. Meine Schuld. Toll. Yay, nochmal mal. Das machen wir auch auf Screen, liebe Leute. Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von Brustimulatis 2016. Alles gut. Tschüss. Tschüss, schönen Tag. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020